Mit einem bunten und fröhlichen Programm aus Worten und Musik haben Schüler, Lehrer, Eltern und Ehrengäste die langjährige Rektorin der Grundschule Badenburg in den Ruhestand verabschiedet. Anke Fricke durfte die Darbietung auf der Bühne von einem Thron aus verfolgen, der mit grünen Buchsbaumzweigen geschmückt war. Kollegen, Elternvertreter, Landesschuldezernent Karl-Heinz Bog und Badenburgs stellvertretender Bürgermeister Dr. Stefan Deppda würdigen das schulische Lebenswerk der 63-jährigen Sandkrugerin, die die Grundschule Badenburg in 17 Jahren sehr geprägt und mit ihrer herzlichen und kompetenten Art viele Projekte vorangebracht habe. Einen Tag vor Zeugnisausgabe für die Schüler bekam auch Anke Fricke Noten ausgestellt. Die Versetzung ins nächste Schuljahr wäre ihr sicher gewesen, aber sie hat sich für den Ruhestand als neuen Lebensabschnitt entschieden.